Hallo zusammen, willkommen zurück bei Soraya Millionaire. Heute gibt es heute eine Runde Let's Schnack, wir machen ein bisschen Game Week Recap. Schauen wir mal, was die letzten Wochen passiert ist, was aus meinem Team geworden ist und wie ich mein Team umbaue. Außerdem gibt es die Auflösung zum ersten Giveaway, was ja leider etwas schief gegangen ist. Und wir werden ein zweites Giveaway starten, weil das erste ja leider nicht so funktioniert hatte. Also bleibt dran. Ja, wie ihr seht, hatten wir das letzte Let's Schnack in der Woche 237. Es ist also ein bisschen was passiert inzwischen. Ich war auch erkältet, weswegen, oder was ihr vielleicht an meiner Stimme hört, deswegen gab es ein bisschen weniger Content die letzte Woche. Aber ich habe nichtsdestotrotz hart daran gearbeitet, neuen Content für euch zu erstellen. Ich habe nämlich das Investment Tool, was ich im letzten Video, was ich euch jetzt nochmal oben verlinke, vorgestellt habe, verbessert. Ich habe das ziemlich automatisiert und werde es euch in einem der folgenden Videos nochmal vorstellen. Und ich sage euch, das ist ziemlich geil geworden. Dadurch schafft ihr es nämlich in kürzester Zeit, euer Team und eure Investments zu tracken. Aber dazu kommen wir in einem nächsten Video. Heute schauen wir uns zuerst mal an, welche Rewards wir abgesahnt haben in der letzten Game Week. Es gab nämlich welche. Dazu öffnen wir mal unsere Belohnung. Und zwar haben wir in zwei Ligen was gewonnen. Einmal in der ganz normalen Kommen. Hier haben wir zwar eine Tier 1 Karte bekommen. Schauen wir mal, was das ist. Das ist ein Goalkeeper, was natürlich schon mal nicht schlecht ist. Ich habe hier ein Muss. Und die zweite Karte ist eine Tier 3 Limited. Und das ist Yuya Nakazaka. 23 Jahre, was auch schon mal nicht schlecht ist. Und er scheint in Japan zu spielen. Wenn ich nicht alles täuscht, ist das Kobe. Gucken wir uns mal kurz die Spieler an, die wir bekommen haben. Ich habe hier ein Muss im Kommen-Team. Ja, ich sage mal ein durchschnittlicher Tormann. Aber es kann nie schaden, Tormänner zu bekommen. Auch für die Kommen-Truppe. Da man diese ja auch benötigt, wenn man Rare Threshold-Teams aufbaut. Der zweite Spieler, den wir bekommen haben, Yuya Nakazaka. Ist jetzt kein toller Fang, aber zumindest 7, 8 Euro werden wir vielleicht dafür bekommen, wenn die Runde jetzt vor allem anfängt in Japan wieder. Können wir kurz auf seine Scores gucken. Wird wahrscheinlich nichts Berauschendes sein. Hat immer mal ein paar Ausreißer nach oben. Aber sonst, ja, ein relativ unspektakulärer Spieler. Also hier werden wir nur gucken, ob der entweder in den Giveaway landet. Immerhin ist er U23-Spieler noch für ein Jahr. Oder ob wir ihn verkaufen werden. Gut, dann kommen wir auf die Game Weeks. Die ganze Game Week-Playlist verlinke ich euch auch mal oben. Also hier werde ich jetzt wirklich versuchen, kontinuierlich einfach ein bisschen zu tracken, wie ich mein Team entwickle und in welche Richtung ich es entwickle, dass es auch erfolgreicher wird. Weil wie ihr seht, ich habe zwar schon ein bisschen Geld reingesteckt, aber der Erfolg bleibt noch einigermaßen auf der Strecke. Meine Threshold-Team-Performen ganz gut, aber meine Limited-Teams, da bin ich auf jeden Fall noch hinten dran. In der 237er Game Week, können wir nochmal kurz reingucken, habe ich Dan Huisman damals bekommen. Es war auf jeden Fall kein schlechter Gewinn. 111. Damals abgeschlossen in der Challenger Europe. 18-jähriges Talent, würde ich mal sagen, von Vitesse. Spielt auch aktuell. Danach gab es dann nochmal in der 241er einen Reward. Und das ist eben der Reward aus der letzten Woche. Hier war es 73er Platz in der All-Star Limited und hier 1141. Was natürlich auch glücklich war. Und die Karte habe ich wirklich nur bekommen, dadurch, dass ich diesen Reward hier gewonnen hatte. Weil Anto Gricic damals auch mit 218 Punkten gewonnen in der Weekly Challenge Weltklasse. Weil der Mann ist inzwischen über 100 Euro wert und performte Weltklasse. Jetzt ist mir gerade eben noch aufgefallen, dass ich hier meinen Mauszeiger gar nicht angehabt habe. Den habe ich mir jetzt extra geholt, damit ihr es ein bisschen besser verfolgen könnt, was ich hier auf dem Bildschirm mache. Aber jetzt ist er an. Also wir schauen uns nochmal Anto Gricic an, den Reward, den ich damals bekommen habe. Auf jeden Fall Weltklasse. Er hat hier überragende Punkte geholt. Und wie ihr auch gleich sehen werdet in der Übersicht, war das hier der ausschlaggebende Punkt, warum ich jetzt einen neuen Reward bekommen habe. Also auf Basis eines Rewards einen neuen Reward zu gewinnen, ist natürlich doppelt schön. Gut, hier in der 238er Gameweek habe ich, wie ihr seht, zwar viele Teamspielen gehabt. Aber nur ein Team, was was abgesahnt hat. Und das war mein All-Star-Rare-Team. Hier gab es den großen Threshold. Hier im Endeffekt meine Dauerbrenner. Also die sind eigentlich immer gut für Thresholds. Ich weiß nicht, warum das Bild hier nicht lädt. Das war Manuel Riemann vom VfL Bochum. Hat auch gut performt. Junior Pius habe ich inzwischen verkauft. Und wenn ich euch das mal zeigen darf, war das für mich ein Weltklasse-Deal. Für den, der ihn gekauft hat, leider weniger. Ihr seht, ich habe ihn hier unten gekauft für damals 62 Euro. Und habe ihn hier oben verkauft für 317 Euro. Und ihr seht, das war fast einer von den niedrigsten Einkäufen und auch einer von den höchsten Verkäufen. Und inzwischen ist er da massiv gefallen. Also auch hier ist Timing, wie ihr sehen könnt, bei Sorare ähnlich wie bei anderen Investments enorm wichtig. Gut, kommen wir zum nächsten Game Week, die 239. In der 239 gab es jetzt nichts Besonderes. Hier ist nichts passiert. Fehlen zu viele Punkte. Klaus hat nicht gespielt und Roland hat nicht gespielt. Das war Länderspielwoche, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier unten hat Pius leider nicht gespielt. Wenn Pius gespielt hätte, hätte es sein können, dass wir zumindest einen Reward absahen. Zumindest einen kleinen Threshold. Sollte aber nicht so sein. Ja, in der 240 gab es dann nochmal Länderspiele. Bruno war noch im Afrika-Cup. Zion hat schon gespielt und hier hat Kritschitsch auch wieder gut performt. Und hier bei meinem All-Star-Team war es so, dass Sommer nicht gespielt hat. Und deswegen auch einfach keine Chance war, hier irgendwie noch in die Thresholds zu kommen. Mit drei Spielern ist es wirklich schwierig. Es ist zwar machbar, aber es ist trotzdem verdammt schwierig. Die 2,41 haben wir dann wieder einen Reward gewonnen. Das war dann der Kollege Mario Gavranovic. Das war ein Tier-2-Reward. Ich bin 73. geworden. War jetzt zum Beispiel schlechter meiner Meinung nach als die beiden hier. Wenn man den hier zumindest ein bisschen länger hält. Er ist ja jetzt schon krass gestiegen. Aber Gavranovic ist ein Forward. Von daher will man sich auch nicht beschweren, Stürmer oder Tormänner zu bekommen. Ist egal wie, ist immer gut. Gut. Südkorea gegen Syrien spielt. Und habe gedacht, das ist ein super Match oder ein super Line-Up. Weil Südkorea das Spiel auf jeden Fall gewinnen müsste. Was dann auch im Endeffekt der Fall war. Das heißt, ich habe mir den Goalkeeper geholt von Südkorea. Und auch noch Ya Sung Lee von Mainz. Und wie ihr seht, es ging weltklasse auf, die Idee, das Team so zusammenzustellen. Ya Sung Lee habe ich inzwischen wieder verkauft. Kim Song Yoo habe ich momentan immer noch in meinem Squad. Weil ich hier auch noch darauf hoffe, dass er jetzt im Zuge des Starts der J-League auch noch ein bisschen an Wert gewinnt. Das Threshold-Team hat einfach mal niemand gespielt. Ich weiß gar nicht, warum ich sie aufgestellt habe und nicht ins Training geschickt habe. Gehen wir auf die 2,42. In der 2,42 haben wir dann wieder ein Reward geholt. 320 Punkte im All-Star Limited Team. Und wie ihr seht, eigentlich nur durch die überragende Leistung von Gritschic mit 120 Punkten, den ich als Kapitän gestellt habe beim 3-3. Und Bono, der souverän die 0 gehalten hat und 74,6 Punkte geholt hat mit dem Bonus. Die anderen Spieler waren wirklich alle nur Durchschnitt. Also ihr seht, dass man auch mit zwei guten Spielern, die wirklich überragend sind, schon in die Punkte kommen kann, wenn man den Rest als normaler Average-Spieler irgendwie drin hat. Hier bei Vitesse warte ich nach wie vor darauf, dass da einfach wieder so ein paar Spiele kommen, wo sie gut performen, da halte ich noch ein bisschen auf jeden Fall an dem Team fest. Wenn wir in die Rear reingehen, kann man sehen, dass ich jetzt hier wieder zwei Ausfälle hatte. Bei Louis Glapecin weiß ich nicht, warum er nicht gespielt hat. Da habe ich auch keine Infos zu gefunden. Bei Christopher Olsen hat es irgendwas noch mit einer Sperre zu tun. Da habe ich mich aber auch noch nicht so ganz reingefuchst, was das ist, weil ich dachte eigentlich, die Sperre wäre schon rum gewesen. Also irgendwie komisch gelaufen. Dann die restlichen Spiele sind an sich einfach alle nicht gut gelaufen. Obwohl Anderlecht hier gewonnen hat, hat Raphaelov, der momentan auch krass im Wert verfallen ist, zu dem, wie ich ihn gekauft habe. Also hier muss ich mal gucken, wie sich das weiterentwickelt bei ihm. Hat jetzt nicht besonders gut performt leider. Hat natürlich auch nicht die ganze Zeit gespielt. Taremi ist auch nur reingekommen. Hier muss ich auch mal weiter verfolgen, wie das jetzt weitergeht, weil Porto hat natürlich einen genialen Sturm und Taremi ist momentan eher einer, der von der Bank kommt. Aber selbst wenn er von der Bank kommt, macht er oft noch eine Bude. Jetzt hat er im nächsten Line-Up spielen Porto gegen den zweiten, gegen Sporting Lissabon. Muss mal gucken, wie er da spielt. Aber momentan würde ich auch gerne noch ein bisschen. Rall hat leider hier komplett auf die Mütze bekommen. 5-1 mit 19 Punkten. Also war jetzt einfach nicht der Spieltag für mein Challenger-Team. In der Challenger Europe sah es ähnlich schlecht aus. Also hier, Ricardo Escaio ist nur eingewechselt worden. Sandy Walsh war ganz okay eigentlich mit 45 Punkten bei einem 3-2 gegen Bierschoat. Allerdings hat man sich mehr erhofft. Schaut die Klasse wieder mit 64 oder fast 65 Punkten einer, der einfach klassisch die Punkte holt. Hier bei Habib Gué, 21-jähriger Stürmer, der momentan noch verletzt ist. Wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile, vielleicht bis Mitte März oder irgendwas. Hat nicht gespielt, war mir klar. Habe ich aber nur aufgestellt, um das Team halt hier komplett zu bekommen. Und haben 1-3 verloren, also gegen Trudinis. Ich weiß nicht genau, wie man den Verein ausspricht. War natürlich nicht gut. Hier hat man sich erhofft, dass Cortic gewinnen wird. Aber egal, wie er hätte ja so oder so keine Punkte geholt. Und außerdem, wenn man mal hier nochmal reinguckt, 194 Punkte fehlen für die erste Tier-3-Karte. Also bin ich mit dem Team noch weit von entfernt. Hier bei meiner Championship America Limited, da erhoffe ich mir eigentlich schon noch was von dem Team. Einzig, was ich vielleicht noch austauschen werde, ist mal ein Stürmer. Aber mit dem Mittelfeld, Defenders und Goalkeer bin ich eigentlich recht zufrieden. Da habe ich eine Mischung aus den Pumas und den Lagos Santos-Spielern. Carlos Acevedo noch im Tor. Momentan ist Laguna Santos noch nicht so am Performen. Haben fast alle Spiele verloren bisher. Aber Felix Thorsten meiner Meinung nach ein ziemlich guter Innenverteidiger, der sehr torgefährlich ist. Also hier kriegt man auf jeden Fall meiner Meinung nach gut Punkte mit ihm. Und Alvarez und Lopez von den Pumas im Mittelfeld sind auch beides eigentlich gute Spieler für auf jeden Fall gute, höhere Werte. Haben halt hier leider auch wieder gegen Atlas gespielt. Also haben momentan auch erstmal, oder hatten jetzt hier einen schweren Gegner vor der Brust. Angel Sepulveda hat kein Tor gemacht und gegen Puebla gespielt. Also hier war auch nicht so viel zu erwarten, weil Puebla momentan erster ist. Die Champions in Europe, ja die Eintracht 3-2 gegen Stuttgart gewonnen. Was für mich natürlich schön ist als Eintracht-Fan. Aber für Kevin Drapp, naja, hätte besser sein können. Hinkapi hat diesmal gegen, bei dem 5-2 gegen Dortmund, war es leider einer der schlechtesten Spieler im Kader von Leverkusen. Was die Punkte angeht, ich habe hier drauf gehofft, dass er da an die guten Leistungen aus den Länderspielen anknüpft. Hat nicht so funktioniert. Dako Lasovic war einer aus meinen großen Traits, auf die ich dann auch nochmal gleich eingehe. Eigentlich meiner Meinung nach ein guter Mann. 45 Punkte beim 2-0 gegen Juve, kann man auch nichts sagen im Mittelfeld. Benassé, zurück aus dem Afrika Cup, mit Milano, den Stadtrivalen Inter abgezogen. Eine gute Sache, 52 Punkte. Und Javi Poado hat endlich mal Punkte geholt für Espanyol. Auch wenn sie 2-1 verloren haben, hat er ein Tor vorbereitet. Und was mich natürlich freut, da jetzt endlich mal wieder ein Wert steigt. Meine U23. Hier habe ich Berke Özer, Tutor, mein Neuzugang Ronald Araujo. Ja, wie auch immer man das mal hier ausspricht. Und Ferdi Cardioglu, Taiwo Avioni. Özer und Tutor habe ich inzwischen verkauft. Tutor war Teil von einem größeren Deal, den ich gemacht habe. Özer habe ich ausgetauscht. Und weil ich hier die ganze Zeit drauf warte, eigentlich nur, dass Altai zurückkommt. Und Altai wieder das Tor übernimmt bei Ferner Badger. Deswegen habe ich hier die ganze Zeit drauf gewartet, ihn eigentlich zu verkaufen. Habe ihn jetzt aber losbekommen im Tausch, wo ich eigentlich ziemlich happy drüber bin. Mit Ronald Araujo, jungen Defender von Barcelona, habe ich mir auch jemanden gekauft, der torgefährlich ist. Meiner Meinung nach. Und das hat sich auch hier unter Beweis gestellt. Der hat auch wieder ein Tor gemacht. Also super. Ferdi Cardioglu wird immer besser im Mittelfeld. Hat ja auch eine Verletzungspause gehabt. Mit 21 Jahren. Ich denke, der wird ja auch über die Zeit der Saison bei Ferner Badger noch eine wichtige Rolle spielen. Und Avoni, ja, wie jeder weiß wahrscheinlich, dass es ein Talent ist. Aber so richtig brennen tut er noch nicht bei Union. Zumindest in letzter Zeit. Da hoffe ich mir auch drauf, dass da jetzt bald mal wieder der Knoten platzt. Und einfach mal wieder ein paar Tore macht. Dann kommen wir noch zu U23. Klar, hier rechne ich mir jetzt auch nicht viel aus, weil ich auch keinen Goalkeeper habe. Habe die Spieler trotzdem aufgestellt, um Punkte zu sammeln. Und wie ihr seht, 177 Punkte. Wenn jetzt hier wirklich noch zwei Spieler werden, die Punkte geholt hätten. Hätte schon sein können. Also ich meine, es muss natürlich besonders gut laufen, dass man hier an irgendeine Karte rankommt. Aber ja, war halt nicht der Fall. Über was ich super happy bin, ist Leonardo Balerdi. Hier, den habe ich schon relativ früh gekauft, weil ich mir auch erhofft habe, dass er da durchstartet bei Marseille. Denn wie man jetzt hier sieht, hat er zusammen mit Saliba, der ja wahrscheinlich das Dreifache momentan noch wert ist von Balerdi, in der Innenverteidigung durchgespielt. Und hat hier sogar den Bonus für den Last-Man-Tackle bekommen. Dadurch sogar besser gepunktet als Saliba insgesamt. Und war der beste Spieler, was die Punkte angeht, von Olympique Marseille in dem Spiel. Nach Milik mit zwei Toren. Ist natürlich dementsprechend auch im Wert gestiegen. Und hier, den werde ich auf jeden Fall halten. Auch wenn ich jetzt mein U23-Rare-Team weiterhin hier aufbauen werde. Teddy Bear hat nicht gespielt. Hier ist nach wie vor einfach traurig, was momentan bei Espanyol abgeht. Hier muss man auch warten, dass Espanyol mal wieder ein bisschen den Anklang findet. Und da ein paar Siege mal wieder reinholt. Werde ich aber auch noch halten. Javi Poado, auch schon wie in der Limited-Card erwähnt. Gut, dass er jetzt mal gepunktet hat. Tipus um erst war verletzungsbedingt ausgefallen. Ja, das waren die Recaps von den letzten Game Weeks. In der nächsten Game Week wird nicht viel passieren wie bei den meisten. Es finden nicht viele Spiele statt. Und für alle, die bisher noch nicht bei Soraya angemeldet sind und Lust haben, sich anzumelden, meldet euch darüber meinen Referral-Link an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dadurch erhaltet ihr zwei Karten gratis. Ich werde euch nämlich meine Karte, sobald ihr fünf Karten auf dem Markt ersteigert habt, an euch zurücksenden. Dazu abonniert einfach meinen Kanal, liked das Video. Und wenn ihr wollt, kommt in unseren Discord. Der Discord-Server ist auch schnell am wachsen. In dem Discord findet ihr zum Beispiel das Excel-Tool, was ich jetzt oben nochmal verlinken werde, welches sich im letzten Video vorgestellt habt. Ihr habt ein FAQ, was in einem anderen Video vorgestellt wurde. Und ihr habt an sich einfach eine geile Community, mit der ihr euch rund um das Thema Soraya austauschen könnt. Dann kommen wir noch zur Auflösung des Giveaways aus dem letzten Video. Ich habe ja darum gebeten, dass ihr mir einen Kommentar lasst mit eurem Soraya-Manager-Namen und welchen Spieler ihr gerne als Giveaway hättet. Dass ihr mir auf YouTube und Instagram folgt und dass wir das im Discord dann auslösen. Ihr habt oder ich habe ja das Feedback von ein paar Leuten bekommen, dass es einfach Probleme gab, dass irgendwie YouTube einfach viele der Kommentare irgendwie gelöscht hat. Deswegen ist das jetzt ja nicht ganz so gut gelaufen, weswegen ich nochmal ein neues Giveaway machen will. Aber nichtsdestotrotz will ich zu meinem Wort stehen. Dazu nehmen wir hier einfach einen Random-Comment-Picker. Ich habe die Einstellung schon gemacht, also es sind momentan nur neun Kommentare. Die Chance ist also relativ hoch, dass jemand von euch was gewinnt, dadurch, dass einfach viele der Kommentare gelöscht wurden. Schauen wir mal, wer was gewonnen hat. Und die Karte geht an Liam Palan. Okay, der Name ist hier, perfekt. Dann komm doch in unseren Discord-Channel, dort werde ich das veröffentlichen und werde dir dann die Karte zukommen lassen. So, dann kommen wir nochmal auf so ein bisschen die Entwicklung von meinem Team und was ich noch vorhabe. Vorerst möchte ich aber euch noch eine Sache zeigen und zwar die hier. Der Kollege Fox Football ist ein 17-jähriger Engländer, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sich die Challenge gemacht, sich von nichts quasi hochzutraden zu einer Mbappe-Card. Und ja, ich fand die Idee ganz cool, habe ein bisschen mit ihm auf Discord gequatscht und wollte ihn da unterstützen. Und er hat mich gefragt, ob ich ihm Tutor geben könnte, gegen seinen ganzen Stack quasi, den er momentan hat. Seinen ganzen Squad. Und ja, ich meine, die waren nur die Hälfte wert von Tutor, aber ich fand ihn cool und hatte die Idee gut gefunden. Deswegen habe ich gesagt, ja komm, mein Lieber, machen wir. Der Deal geht klar. Deswegen habe ich jetzt Tutor raus bei mir. Bin ich nach wie vor überzeugt von dem Mann. Aber ich fand das Projekt einfach cool, wollten da unterstützen. Und habe jetzt hier eine Menge Karten, die wir jetzt irgendwie auch wieder wahrscheinlich in Giveaways reinpacken werden. Weil viele von denen sind jetzt keine schlechten Spieler. Ein paar habe ich sogar aufgestellt. Gibt einfach ein bisschen Flexibilität für manche Aufstellungen. Ist aber jetzt kein Reißer dabei. Das muss man schon so sagen. Aber die können sich ja auch noch zum Teil entwickeln. Wenn man da nochmal so ein bisschen auf die Strategie von mir eingeht, gucken wir uns das mal gerade hier in SoRareData nochmal an. Also wie ihr schon seht, ich habe ziemlich viele Karten. Ich muss hier jetzt ein bisschen gucken, dass ich das ein bisschen ausdünne. Weil ich auch ein bisschen mehr auf die Strategie Quality over Quantity, also eher höher qualitative Spieler, als einfach zu viele haben möchte. Ich habe zwar noch viele Spieler hier, die ich einfach momentan halte, um diese als Investment zu sehen und den Wert zu steigern. Gerade bei meinen Goalkeepers habe ich da ein paar gute Schnäppchen gemacht. Damals in einem meiner Instagram-Stories habe ich ihn hier vorgestellt. Und habe mal damals die Frage in den Raum gestellt, ob das ein guter Trade war oder nicht. Die meisten haben gesagt, es war kein guter Trade. Aber rein aus Investment-Perspektive, also schon mehr als verdoppelt, denke ich, war es kein schlechter Trade. Bei den Torminnen generell habe ich ein gutes Gefühl gehabt bisher. Bis auf Carlos Acevedo, der momentan noch unterwert ist, liegt aber einfach daran, dass Laguna Santos momentan unterperformt. Und Ertugrul Cetin, da dachte ich einfach, dass er länger spielt, als Berger Öse ausgefallen war. War aber nicht der Fall. Halte ich jetzt aber auch nochmal einen 18-jährigen Spieler. Ja, wird man mal sehen. Also insgesamt will ich hier ein bisschen mehr auf Quality gehen und werde jetzt da in den kommenden Wochen einfach immer ein paar Trades machen, um Spieler auszutauschen. Um Spieler, die eventuell gut spielen und den Wert steigen, die loszubekommen oder in einem Bundle irgendwie an andere Spieler abzugeben. Wenn ihr Interesse anmelden, wenn ihr Spieler habt, dann schreibt mich doch einfach im Discord an. Dort können wir auch gerne nochmal über die Preise reden oder auch wenn ihr ein paar Spieler habt, die ihr im Bundle haben wollt, gar kein Problem. Haut mich einfach an. Also wir sind da recht aktiv in der Kommunikation. Ich bin außerdem gerade dabei, mir noch ein MLS-Team aufzubauen und es ist aber enorm schwierig, gerade Auktionen auf dem Markt zu gewinnen für einen guten Preis, meiner Meinung nach. Ich bin hier nach wie vor dran, aber hier folge ich jetzt einfach auch ein bisschen dem Credo, sich da nicht zu überstürzen und jetzt einfach überteuert einzukaufen, sondern ich gebe mir da ein bisschen Geduld und warte da lieber ab, bis die Preise für mich in Ordnung sind. Also hier ist auch mein Tipp an euch. Klar, man will unbedingt Spiele aufstellen, man will Spiele machen, aber schaut auf die Preise. Also kauft nicht einfach alles überstürzt ein. Und wie ihr wisst, das ist natürlich alles keine Finanzberatung oder Anlageberatung. Ich habe keine Ahnung von all dem. Ich teile euch hier lediglich meine persönliche Meinung mit. und damit will ich es auch beenden für heute. Ich wünsche euch erfolgreiche Game Weeks, die nächste zwar nicht so, aber die folgenden wieder. Haut rein, euer Roberto Baggio. Bye, bye.